Hallo meine Lieben, ich begrüße euch mal wieder auf meinem YouTube-Kanal, nachdem ich vier oder fünf Monate zu faul war, um ein Video hochzuladen. Und zwar machen wir eine Weihnachtsaktion gemeinsam mit der Kim von Kiyomisu und der Claudia von dem Blog Lebensgefühle und wir machen Verlosungen. Und ich verlose heute etwas richtig Tolles und zwar ist es von World of Duty Free. Ich meine, man kennt das ja, man ist am Flughafen, man schaut sich diese ganzen Duty Free Läden an, man wird am liebsten alles kaufen und kauft dann am Schluss nichts. So geht es mir jedenfalls oft. Das ändert sich jetzt für die Gewinner von meinem Gewinnspiel, denn ich verlose dieses Set. Und zwar gibt es einmal fünf Parfümbröbchen von LaCom, ein richtig schönes Lidschatten- und Plush-Set von Bobby Brown, ein Pflegesat von Clarin und diese belgischen Pralinen von Godiva. Was ihr dafür machen müsst, ihr müsst meinen Kanal abonnieren und gerne auch auf meinem Blog vorbeischauen. Und auf dem Blog schreibe ich dann auch noch mehr Infos zu den ganzen Artikeln und dann melde ich mich in Zukunft auch mal wieder öfters per Video zu Wort. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Hinterlasst mir ein Abo, schreibt mir gerne, wenn ihr noch mehr Videos sehen möchtet oder was ihr gerne sehen möchtet. Und dann sehen wir uns bald wieder.